Ich bin Simon Hug, ich studiere Agrarwissenschaft im sechsten Semester an der ETH Zürich und ich bin auf dem Landwirtschaftsbetrieb von meinen Eltern aufgewachsen im Zürich-Oberland. Die Landwirtschaft hat darum eigentlich schon immer einen wichtigen Platz in meinem Leben eingenommen. Wie wichtig dieser Stellenwert ist, habe ich allerdings erst so richtig gemerkt, als ich nach meiner kaufmännischen Lehre ein Praktikum auf meinem Elternbetrieb gemacht habe. Denn hier spielt alles zusammen – Mensch, Tier, Technik und Natur. Nur so können qualitativ hochstehende und nachhaltige Nahrungsmittel produziert werden. Und für das braucht es das Kenntnis über Kulturpflanzen, ihre Krankheiten, ihre Ernährung, die Bodenkunde. Es braucht auch von dir zu wissen über Tiere, ihre Tierernährung, Tierhaltung, Tiergesundheit und Tierzucht. Auch die Betriebswirtschaft ist ein wichtiger Punkt. Das heisst, Buchhaltung, Investitionsplanung, Risikomanagement – das ist unabdingbar. Genauso wichtig ist das Verständnis für Produktverarbeitung, den Vertrieb und für das Marketing von den Produkten, die in der Landwirtschaft produziert werden. In einem grösseren Rahmen spielen die Volkswirtschaft und Politik national und international eine wichtige Rolle beim Bewirtschaften eines Betriebs. Auf all diese Punkte ist mein Studium ausgerichtet. Es ist zwar anspruchsvoll, aber auch praxisnah und zielorientiert. Es ist ganz auf die Weiterentwicklung einer der wichtigsten Herausforderungen des Lebens ausgerichtet. Die Ernährungssicherheit rund um den Globus. Nach meinem Abschluss wartet auf mich eine breite Palette an beruflichen Möglichkeiten. Ich könnte als Projektleiter zur Weiterentwicklung der globalen Landwirtschaft mithelfen. Sei das im Pflanzenschutz, in der Pflanzenzüchtung oder im Bereich Tierernährung. Ich könnte als landwirtschaftlicher Berater oder Berufsschullehrer für angehende Landwirte arbeiten, Agrotreuhänder oder betriebswirtschaftliche Berater, Projektleiter in einem Lebensmittelverarbeitungs- oder Vertriebsunternehmen oder aber als Betriebsleiter und Manager eines innovativen Landwirtschaftsbetriebs. Egal was ich wähle, eines ist sicher, ich werde auf jeden Fall eine sinnvolle, anspruchsvolle Tätigkeit mit grossem Entwicklungspotenzial finden. Das ist sicher. Das ist sicher. Es ist sicher. Das ist sicher. Und jetzt sperraten wir uns. ganz, ganz kurz, so etwas Bescheid haben. Muss ich genau haben? Was ist das sicher? Ich bin mir immer noch ein. Wissen. Ich bin Corona. Die News und Corona. Ich bin Corona. Ich bin Corona. Ich bin Corona. Vielen Dank.